Ähm, ist auch geil, Paddy, äh, Paddy teilst da erstmal Hashtag-Menger raus. Ähm, ich hab doch hier, wollt ihr gerade was von AK vorlesen? In Dreierkette Uremovic-Rochel und der eine aus dem Nachwuchs, meinst du Clemens oder Joel da Silva? King Rico, grüß dich mein Lieber. Luke, grüß dich, Luke, äh, ist meine Stimme weggeblieben hier, grüß dich mein Lieber. Äh, guten Abend wird heute die Nacht durchgemacht, ne, durchmachen kann ich nicht, ich muss morgen arbeiten, etwas zumindest, aber wir können heute ein bisschen machen, weil Nali ist nicht da und dann krieg ich keinen Ärger, wenn ich so lange mache, das ist immer ganz gut. Wiesenhof ist nicht mein Spektrum, hab ich nicht im Repertoire, mein Lieber, hab ich nicht im Repertoire. Wollte gerade fragen, äh, was macht man am besten gegen Bayern mit Rochel Uremovic ins offene Messerrennen oder lieber auf Jungspieler setzen mit der Gefahr, dass sie traumatisiert werden? Ach, traumatisiert. Wie viele Mannschaften haben schon, äh, gegen Bayern echt viele Gegentore bekommen, da kann, das kann ein junger Spieler nicht traumatisieren. Der wird sagen, huch, das ist aber ein anderes Niveau als das, was ich kenne, aber ich glaube nicht, dass es zu sehr traumatisiert, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Man muss sich mal diese Downgrades geben, schreibt Schwimmrentner, zentrales Mittelfeld, Gwenduzi, zu Serdar, zu Sunic, im Sturm, Cordoba, Belfodil, Conga und bei der Verteidigung braucht man gar nicht anfangen. Tja, ist leider so. Leider ist es so. Also, Knelta, grüß dich. Ich hab's mir gemerkt, du warst gestern unhöflich. Ein kleiner Spaß, aber den Namen konnte ich mir einfach gut merken. Knelta, weil ich den nämlich nochmal lesen musste. Schläfst du eigentlich auch mal? Ja, ab und an. Mach ich mal einen Powernap. Ja, nö, ich schlafe schon noch, aber ich verbringe halt meine gesamte Freizeit mit Videos und Streamen und hab halt meine Arbeit auf das geringste Minimum runtergeschaltet und versuche wirklich meine ganze Freizeit und die Zeit, die ich dadurch mehr hab, Videos zu machen und mit euch Zeit zu verbringen, weil das echt Bock macht. Und weil ich ja auch wirklich mittlerweile von euch echt eine super Reichweite zu verdanken habe. Klaas, danke für dein Prime-Abo. 17 Monate am Start. Gutes Wetter vorhergesagt für Community-Treffen. Gemeinsam nochmal alles geben für das Unmögliche. Freue mich schon drauf und Grüße gehen raus. Bring auf jeden Fall genug Geld mit, damit du dir auch deine Snacks gönnen kannst. Ich hab übrigens eine coole Nachricht fürs Community-Treffen. Ich kann's euch mal vorlesen. Ich hab heute mit Ibo geschrieben. Ibo schrieb mir, Servus. Ich meinte, ja, komm zum Community-Treffen, bla bla bla. 10.30 Uhr, 11.00 Uhr geht's los, weil wir zeitnah ins Stadion wollen. Sagt er, scheiße, Mann, wenn alles glatt läuft mit Bahnen, wäre ich um 13.15 Uhr am Olympiastadion. Früher geht's gar nicht. Oder doch, es wäre sogar perfekt, wenn ich fliege. Dann meinte ich, ja, dann mach das doch einfach. Dann meinte er, ja, Mann, das mach ich. Das heißt, Ibo hat zugesagt, beim Community-Treffen dabei zu sein, freue ich mich sehr. Fanprimers wird im Übrigen auch wieder am Start sein. Also sehr cool. Vielleicht verewigen die das sogar noch in einem Video. Ich weiß noch gar nicht, ob ich einen Stadion-Vlog mache mit Hammer. Müssen wir nochmal gucken. Aber wird auf jeden Fall cool. Dann habt ihr Ibo live. Ibo live. Also ganz ehrlich, da brauche ich gar nicht mehr kommen. Da reicht es ja, wenn Ibo kommt. Was sagt denn deine Schnecke dazu? Naja, da muss man manchmal ein bisschen was klären. Aber mittlerweile kann ich ja auch damit argumentieren, dass es wie ein Nebenjob ist, ein zweiter Job ist, weil ihr ja großzügig seid und weil ja mittlerweile die Reichweite auch hoch ist, kann man das ja schon, kann man jetzt wenigstens mal argumentieren und sagen, ich habe halt zwei Jobs. Das eine ist der eine und das andere ist der andere. Der andere, nämlich der hier, beansprucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber ist ja auch mein Hobby. Ob ich jetzt abends in eine Kneipe gehe oder in eine Shisha-Bar oder hier mit euch streame, da ist ja wohl cooler hier zu streamen, muss ich mal einfach so sagen. Und außerdem sollte man immer das machen, was man liebt und da sollte eigentlich der Partner auch dahinter stehen. Und ich versuche ja trotzdem immer, wie ihre Arbeitszeiten sind, das anzupassen. Das geht immer ganz gut, dass wenn sie hier ist, ich versuche, ich dann nicht so viel zu streamen. Aber wenn sie nicht da ist, dann kann ich natürlich so lange machen, wie ich will. Wann landet Ibo? Wenn ich arbeiten bin, hole ich mir ein Autogramm am Flughafen. Ach, du arbeitest am Flughafen, ja? Das kann ich dir nicht sagen. Das müsste ich nochmal in Erfahrung bringen. Ibo wird bestimmt neutral sein. Ja, Ibo ist doch immer neutral. Ibo ist doch immer völlig neutral. Vier Stunden Schlaf, viel für dich, kommt drauf an. Also wenn ich jetzt, ich kann auch ein paar Tage hintereinander mal vier Stunden schlafen oder weniger, aber dann brauche ich auch mal am Wochenende irgendwann einen Tag, wo ich dann mal zehn Stunden schlafe. Gerade jetzt in der Zeit brauche ich mehr Schlaf, weil ich einfach, ihr hört es ja die ganze Zeit, extrem belastet bin von dem Pollenflug. Pollenflug, Birke fliegt ja gerade sehr stark, bin ich sehr stark gegen allergisch. Da muss man schon, da muss man schon, ja, da muss man schon ein bisschen mehr schlafen. Aber ansonsten brauche ich auch nicht so krass viel Schlaf. Bobic hatte nur einen Job, absolute Schätze zu bauen. Ibo wäre ja super, aber sehe ihn schon auf den letzten Drücker angerannt kommen, weil irgendwie die Verbindung nicht klappt. Tja, Flugzeug, Berliner Flughafen und dann noch mit der Bahn zum Stadion ist natürlich gewagt. Ist Dardai damals nach Bayern von Bobic gekündigt worden? Nee, nach Augsburg. Kann man als Werder-Fan kommen, zum Community-Treffen? Klar, natürlich, Kaffee-Creme, aber wieso nicht? Wäre vielleicht cool, wenn du uns nicht die ganze Zeit einen Bremen-Schal ins Gesicht hältst, aber natürlich, gerne. Jeder, der freundlich und gut gelaunt ist, darf gerne kommen. In deinem Alltag kann man das noch gut verkraften ohne Mittagsbuch? Ja, ich kann auch keinen Mittagsschlaf machen. Ich mache es ganz selten mal, wenn ich wirklich, manchmal habe ich das, dass ich, wenn ich gestreamt habe oder so, dann arbeite ich ja manchmal danach noch oder schneide Videos, mache ich oft immer in der Nacht oder halt unterwegs, damit dann diese Highlights am nächsten Tag gleich online sind und dann habe ich manchmal so wenig Schlaf, dass ich wirklich Mittagsschlaf brauche, aber Mittagsschlaf ist für mich wirklich nicht gut. Ich bin danach wie depressiv, also deswegen versuche ich das zu vermeiden. Ja, keine Sorge, in das Alter kommst du auch noch. Ja, wer weiß, vielleicht kann man irgendwann, vielleicht brauche ich irgendwann nur noch YouTube und Twitch machen, dann kann ich ja einen Mittags-Bubu machen. Im Moment habe ich dafür natürlich auch keine Zeit einfach, weil die Zeit, wo ich jetzt gerade nicht ein Video mache oder bei Twitch online bin, arbeite ich halt so. Hertha hält mit Siegen gegen Stuttgart, Bochum und Wolfsburg die Klasse. Hertha, positiv. Veganer Kevin, würde ich sehr gerne unterschreiben. Uremovic und Rochel in der EV gegen wütende Bayern, was macht das mit dir? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die EV so aussehen wird. Ich könnte mir auch eine Dreierkette vorstellen. Oder aber generell, dass er mit einem der beiden und einem anderen Jugendspieler spielt. Ab Stuttgart, oh Franz, ab Stuttgart kommt die unglaubliche Serie, dass Marcel Freif aus Frust über unseren Klassenerhalt alle Würste essen muss. Ja, das würde ich sehr gerne sehen und zwar live. In einem Livestream. Da würde ich sogar für abonnieren, nur um das zu sehen. Lucky Pantelitsch, vielen Dank von der Bits. Macht mal eure Namensschilder auf die Brust. Ganz herzlich. Das macht noch mehr Spaß beim Treffen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Das war beim ersten Treffen echt cool. Da haben das viele gemacht. Da haben die ihre Namensschilder... Da haben die ihre Namensschilder draufgeklebt, damit man sich so ein bisschen zuordnen konnte. Das war echt cool, muss ich sagen. Als was arbeitest du nochmal? Ich bin selbstständig im Immobilienbereich. Werder Bremen Forever. Danke für dein Primo. Zweiter Monat schon am Start. Vielen Dank, mein Lieber. Bitte nicht Platte in der Innenverteidigung. Nee, dann lieber ein Jugendspieler. Ich muss leider nochmal fragen, wann ist denn das Treffen nochmal gegen VfB Stuttgart zum Heimspiel und wo wird das Treffen stattfinden, das sage ich dann nochmal. Das sage ich in der Woche davor nochmal, wann und wo das stattfinden wird. Ich denke mal zwischen 10 und 10.30 Uhr werden wir beginnen. Vielleicht auch erst 11. Da muss ich nochmal alles abklären. Und das ist... Da kannst du eigentlich nichts übersehen, wenn du über den großen Parkplatz gehst. Ich fand diesen Hate von Ralf total beschwert. Und auch die Szenen beim Training waren typisch Bild nur das Verpisstig gezeigt und dann übelst abgelästert über Pahl. Es gab aber auch ein YouTube-Video, da haben sie alles gezeigt. Da konnte man das dann auch nochmal ein bisschen besser nachvollziehen. Wie lange... Ja, sehr gute Frage. Wie lange eigentlich noch, bis du als Hertha-Experte zum Doppelpass eingeladen wirst, damit jemand dem Hertha-Hate etwas entgegensetzt? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wie lange das noch dauert? Was hat Didi Hamann schon wieder gesagt? Didi Hamann hat gesagt, dass es Konsequenzen für Pahl Dardai geben muss? Oder was hat Didi Hamann schon wieder gesagt? Warte mal. Ich gucke mal. Didi Hamann. Pahl Dardai. Finde ich hier nicht. Ach komm, Didi Hamann. Didi Hamann tippt uns jede Saison auf Platz 9. Da siehst du ja, dass der keine Ahnung von Fußball hat. Tommy, ich liebe dich nur, Homo. Danke dir, mein Lieber. Glaube gegen Bayern werden mehr Jugendspieler spielen. Spieler wie Jove und Iyuki werden sicherlich geschont, gehe ich auch von aus, Kevin. Ich glaube auch, dass ihm das wichtiger ist. Und es ist ja auch wichtiger. Es ist ja auch wichtiger. Hamann ist ein Hampelmann. Er meinte, Dardai müsse sich entschuldigen beim Spieler. Okay. Dann soll der Spieler sich erstmal entschuldigen dafür, dass er ihm vor die Füße rotzt. Schon jetzt hat bestimmt mit Bobic getextet während Pahl seiner Ansprache. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer ist die berühmteste Person in meiner Kontaktliste? Da müsste ich dann nochmal gucken, wer das ist. Ich glaube Ibo mittlerweile. Vor allem haben die vielleicht mehr Motivation und klatschen die Bayern weg. Ich würde es feiern. Klar würden wir das feiern, aber das halte ich für sehr, sehr unrealistisch, mein Lieber. Meine Frage, wie kann man die Leistung der diesjährigen Abstiegskandidaten im Vergleich zur letzten Saison sehen? Breite mich schon mal mental auf die nächste Relegation vor, falls Darmstadt und Heidenheim durchziehen. Meine Frage, wie kann man die Leistung der diesjährigen Abstiegskandidaten? Ich verstehe den Zusammenhang der Frage irgendwie nicht ganz. Also du meinst, wie die anderen Abstiegskandidaten spielen? Ja, auch sehr wechselhaft einfach. Sehr wechselhaft. Man hat es am Wochenende gesehen, keiner konnte ansatzweise die Patzer der Konkurrenz ausnutzen. Also sehr wechselhafte Leistung. Hast du Real heute gesehen? Vier Tore. Castellanos eingeschenkt bekommen. Der muss im Sommer zu uns. Ne, habe ich nicht mitbekommen. Dreierkette, Rochel, Uremovic, Clemens wahrscheinlich. Erste Chat-Nachricht von Ferluci. Halte ich für nicht unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass er in der Viererkette mit diesen beiden Herren, Uremovic und Rochel, alleine reingehen will. Glaube ich nicht. Vor allem nicht nach dem Spiel von Rochel gegen Bremen. Weißt du eigentlich noch, dass wir Iyuke damals auch mit dem Argument geholt haben, dass der nie verletzt war und bei uns verletzt er sich? Zufall? Ich weiß es nicht. Wir haben schon sehr, sehr viele. Wir haben ja auch jetzt wieder gerade ziemlich viele in der Verletztenliste. Dardai, Marco Richter. Gut, dann zwei sind erkrankt mit Jörg Ernst und mit Tolga. Aber das war schon wieder ein ganz schönes Lazarett. Wer denn Schiene? Eitschberger? Tja, und Mittelstädt. Keine Ahnung. Mittelstädt verursacht dann wieder ein Elfmeter in der 93. Glaubst du, Olli geht auf die Bank? Das ist echt schwer zu sagen. Im Endeffekt hat ein Torwart wie Tiag Ernst gegen Bayern eigentlich nichts zu verlieren. Selbst wenn er Fehler macht, dann sagt man, ja, war sein erstes Spiel, war gegen Bayern. Was hat denn Tiag Ernst zu verlieren? Wenn er den Torwartwechsel machen will, dann wäre es, wenn dann jetzt die Möglichkeit eigentlich für meine Begriffe. Fragt Falk Champ. Paolo Fein. Hallo Tom, du geile Sau. Bist echt ein sympathischer in live. Bist echt ein sympathischer in live. Danke dir, mein Lieber. Fand es auch cool, dich zu sehen am Samstag. Ich würde zu Zahlen die Abwehr stellen. Oh, da habe ich ganz, ganz miese Leipzig-Vibes, Digga. Da, wo wir 6-0 in Leipzig verloren haben, wenn der in der Innenverteidigung spielt. Dieser Moment, wenn man schon zufrieden ist, dass Uremovic wieder da ist. Bist du darüber zufrieden? Findest du Uremovic besser als Rochel? Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ob ich da zufriedener wäre. Ernst war nicht überzeugend in der zweiten Mannschaft. Ja, ist ein Argument. Aber Lotka war auch nicht überzeugend in der zweiten Mannschaft, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Die Frage ist, ob Tiag Ernst die gleiche Mentalität mitbringt wie ein Lotka. Aber erinnert euch. Lotti hatte auch ein paar Patze an der zweiten damals. Ist Clemens wieder fit? Dann würde ich... Ja, der trainiert mit auf jeden Fall. Der trainiert auf jeden Fall mit. Bochum drohen am Freitag wohl einige Verletzungsausfälle. Wäre so, sag mal. Quasi-Groch ins Tor. Quasi-Groch ins Tor. Soab schreibt, beide nicht Bundesliga-tauglich. Rochel und Uremovic. Boah, da haben wir uns schon zwei geholt, Alter. Wirklich. Also, ob das wirklich schlechter gewesen wäre mit einem Gächter? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Lotka im Sommer zurück zu Hertha halte ich für unrealistisch, weil er gerade den Vertrag verlängert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er bald die Nummer zwei wird hinter Kobel. Glaube ich leider nicht. Würde ich mir aber wünschen. Würde ich mir wünschen. Warte mal, man muss nochmal Reviersport schauen. Ja, schreib mal gleich rein, wer bei Bochum fehlen soll. Äh, okay. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die beiden neuen Hertha-Videos an. Falkchamp schreibt, fände ein Torwartwechsel sehr gut. Olli schreit leider keine Sicherheit aus. Ja, Olli wirkt auch völlig, äh, als ob er selber jetzt schon einfach keine gute Phase mehr hat. Also, auf jeden Fall deutlich schlechter als am Anfang. Vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt. Vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt, ihn für so ein Spiel mal rauszunehmen. Und er ist, ja, weiß ich nicht, ob er dann so krass sauer wäre, weil bei ihm ja selber gerade einfach nichts klappt. Und dann im neuen Jahr nochmal neu anfangen oder so. Ich weiß nicht. Ähm, Kinski schreibt, unser Torwart braucht einen Sahnetag, wenn wir mit Uremovic und Rochel spielen sollten. Wir brauchen den Dropny von Hertha, äh, Leverkusen gegen Hertha, wo wir 1-0 in der Fastball-Saison gewonnen haben. Den Dropny brauchen wir. Äh, Lesun, erste Chat-Nachricht. Glaubst du noch an den Klassenerhalt für Hertha? Ich habe es vorhin ja schon im Talk gesagt und ich bin irgendwie seitdem auch erleichtert. Ich habe mich abgefunden damit, dass wir absteigen. Aber den Funken Resthoffnung lasse ich mir nicht nehmen, sodass ich nicht sage, ich gehe jetzt in die Spiele wie manch andere und sage, das ist für mich eine Abschiedstournee. Hauptsache, wir präsentieren uns gut. Ich habe den letzten Funken Hoffnung nicht verloren. Und es wird sich auch nach einem 7-0 gegen Bayern nicht ändern, weil für mich die entscheidenden Spiele danach kommen. Je nachdem natürlich auch, wie die Konkurrenz spielt. Wenn jetzt alle gewinnen, sieht es vielleicht anders aus. Aber ich habe mich in dem Sinne damit abgefunden. Mir allein, Dank von der Bitz, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Mal ganz ehrlich, was haben wir am Sonntag denn zu verlieren? Stellt euch vor, was die Bayern für Nervenflattern haben müssen. Stellt euch vor, wir hauen die weg, frei aufspielen, den Nachwuchs eine Chance geben und dem Fußballgott gut zureden. Ja, also du musst aber dazu sagen, das habe ich schon öfter gedacht. Das hatte ich auch gegen Bremen gedacht und so weiter. Jetzt stell dir einfach vor, Bayern schießt zwei Tore in zehn Minuten. Das ist nicht unwahrscheinlich bei unserer Abwehr. Dann ist jeglicher Druck von Bayern weg. Und dann klappt bei uns wieder gar nichts. Das ist halt so mein Problem. Aber an sich könnte man so rangehen. Rava schreibt, solche IVs holzt der Bobic und ein Jordan geht nach Belgien. Dazu noch Gechter. Das ist unglaublich alles. Ja, es ist unglaublich. Umso länger es wird, wird es immer wilder, was Bobic da getrieben hat, muss man sagen. Fibbel SGE schreibt, die Fallhöhe seit Saisonbeginn ist schon krass. Gegen Braunschweig wollte man Kämpf noch aus der Startelf raushaben. Und dann siehst du mal, dass er jetzt unser bester Innenverteidiger ist, was aber vor allem auch an den anderen liegt. Am vierten Gegentor gegen Bremen. Werkeristen sind auch nur sehr bedingt schuld. Der Pass kann halt nicht schlechter... Ja, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, da sind beide zu 100% dran schuld, auch wenn sowas gar nicht geht. Der Pass darf nicht kommen, er guckt nicht hoch, aber Olli hat nichts zu suchen da draußen. Wo rennt er denn da hin? Was hätte denn da Rochelle machen sollen? Wo rennt er da hin? Rochelle hätte ihn ja auch nicht im Lauf spielen können, weil Weiser war ja schon da. Also wo hätte er da hinspielen sollen? Der Pass kommt eigentlich dahin, wo Christensen stehen muss, aber kommt auf den falschen Fuß und eigentlich muss er ihn raushauen, weil er weiß, sein Torwart ist verunsichert. Es ist keine Kommunikation da, aber du kannst ihn auch nicht freisprechen von der Schuld für meine Begriffe. Mario schreibt, es ist auch für die Gesundheit besser, sich mit einem eventuellen Abstieg abzufinden, anders hält man das nicht aus. In der Schwebe sind wir schon seit vier Jahren. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe in meinem Kopf, aber ich glaube, ihr habt es, wenn ihr mein Video heute gesehen habt, gemerkt, ihr habt es im Talk gemerkt, ich bin irgendwie total befreit. Ich war doch die letzten Wochen immer nur angespannt, ich bin irgendwie befreit dadurch. Ich gehe das an, ich wünsche es mir, ich hoffe, aber ich habe mich irgendwie damit abgefunden, da geht es mir besser. Christensen legt den Ball nicht freiwillig vor, guck es dir nochmal an. Ja, aber er hat da nicht zu suchen auf dieser Position. Er darf nicht davor rennen. Also ich sage nicht, der Fehler entsteht durch seine Position, wo er steht. Und Rochelle muss den Ball weghauen, ja. Beides Fehler. Aber es ist jetzt auch nicht nur ein Torwartfehler. Hofmann, Antwi Adjey, Ivan Ordetz, Kevin Schlotterbeck, Förster und Goralski sollen alle fehlen. Das könnte dann aber wirklich eine Klatsche geben. Vielleicht sollte man mal den Torwarttrainer hinterfragen. Ja, machen wir ja schon die ganze Zeit. Also ich meine, gut, wir sind nicht beim Training dabei. Wir haben hier einmal dieses Video von Flummi gesehen, der da ein Training mit aufgenommen hat. Wir sind nicht dabei. Wir können es nicht beurteilen. Aber bei so vielen Torhütern, die in der Vergangenheit sich eher rückwärts entwickelt haben als vorwärts, muss man das einfach tun. Und bei Köln war ja auch schon, ja. Was sagt ihr denn eigentlich? Guck mal, im Sommer läuft ja der Vertrag von Horn aus in Köln. Gut, solange wir an die Menge haben, kommt es wahrscheinlich nicht in Frage. Aber sollte man absteigen. Wer nicht Horn einer, den man holen könnte, ablösefrei? Der wird dann auch nicht mehr so viel Gehalt fordern können, den man holt, der dann den Zweikampf mit Oli hat. Dann hast du auch einen erfahreneren Bundesliga-Keeper. Würde natürlich nur gehen, wenn Andi Menger nicht mehr da ist. SCB schreibt, im Grunde müsste Pahl der Mannschaft genau das sagen. Macht euch keinen Druck. Ihr könnt es nicht besser. Spielt die nächsten Spieler einfach, wie ihr es könnt. Es glaubt eh keiner mehr an uns. Krass auf den ersten Blick würde das aber mal machen. Ja, oder ich würde die dabei kitzeln und bei der Ehre kitzeln und sagen, guck mal, wie alle über euch reden. Ihr könnt es besser. Zeigt denen einfach, einfach für diese Leute, wie die über uns reden. Ja, ja, klar, HK, der hat in Köln auch schon nicht gut gearbeitet. Ich habe ja schon, der hatte ja ähnliche, wie sagt man, ähnliche Referenzen wie in Dirk Dufner. Bloß die Kölner haben uns schon alle geschrieben, was wollt ihr mit diesem Torwarttrainer? Ja, wir haben doch drei gute Torhüter. Tiag Ernst, eine Chance zu geben, wäre mal gut. Er ist nicht einfach so Deutschlands bester und 19-Torhüter. Ja, ich meine, warum nicht einfach mal? Wie gesagt, gegen Bayern wäre es die beste Chance, weil da passiert nichts groß, auch mit dem Ego. Wir haben ja auch öfter in der Vergangenheit schon junge Torhüter dann in dem Sinne einen schlechten Start gegeben, als sie dann rein mussten. Aber was passiert gegen Bayern? Selbst wenn er da zweimal patzt und wir sechs Dinger kriegen oder sieben, es wird seine Karriere nicht beenden. Christensen hält die Null gegen Bayern und wir sind alle leise, oder so? Nehme ich auch, nehme ich auch. Bei der Scheiße, die wir in der Verteidigung abziehen, finde ich, ist einfach ein bisschen unfair gefühlt alles auf den... Ach, wir schieben gar nicht alles auf den Keeper, überhaupt nicht. Es ist die gesamte Mannschaft. Es ist ja Tolga und die Abwehr zusammen schon katastrophal. Die Achter, die Bälle kommen ja gar nicht bis außen. Stürmer und außen kannst du fast noch rausnehmen, wobei die auch an der Defensivbewegung natürlich beteiligt sind. Aber die Abwehr ist gruselig, ist absolut gruselig. Und da passt sich halt Oli auch noch an. Und Oli ist halt im Moment keiner, im Moment nicht. Sag nicht, dass er das nicht sein kann, auch in Zukunft. Der ist ja noch jung. Es ist im Moment halt keiner, der so krass hält, dass man sagt, Alter, der rettet den andauernd den Arsch. Die können froh sein, dass sie den noch hinten drin haben. Wer weiß, vielleicht kommt Horn gerade wegen Menger nicht. Ja, das meine ich ja. Wenn Menger noch da ist, wird er nicht kommen. Das meine ich ja. Die waren, glaube ich, damals nicht gut. Und in der Zeit hat sich Horn total verschlechtert, sagen die Köln-Fans. Und dann wurde ja Horn auf die Bank gesetzt. Also ich glaube nicht, dass er kommt, sofern Andi Menger noch Torwarttrainer bei uns ist. So meinte ich das. Vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Also ich glaube nicht, dass er nicht mehr so ist, 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 dass er nicht mehr so ist